hallo und herzlich willkommen zurück bei dwarf gaming ich bin's euer luke ich kommentiere heute mal das spiel von banner werden das in nächster zeit öfter machen ja und ich werde wahrscheinlich mal die kommentare machen hier seht ihr die barclay wir haben ja nur lady deswegen starten wir gleich mal ja unser gegner das ging alles sehr schnell heißt abc de fc hat eine 83er bewertung in der hunderte teamchemie hat einen sehr starken sturm mit suarez und starwich und ein starkes mittelfeld und ein starker abwehr eigentlich eine sehr gute barclay ja der innenverteidiger vitic haben wir natürlich haben wir natürlich auch und den torwartschech ja und kohl und dann noch starwich daneben schade in der sechs minuten dann direkt für line auf javi das hier ja wie kann es hier durch und passt zurück, auf Nani und Nani verwandelt, fast sicher. 1. Tor 1-0, 8. Minute. Ja, sehen wir nochmal sehr schön. Aber heute haben wir richtig Glück gehabt, dass die beiden abgefälschten sollen, wenn es das dauert. Also 10. Minute, aber mit Eriksen und der heutigen Freistoßball. Da müssen wir aufpassen, der Gegner ist ein paar stark. Ja, da sehen wir nochmal das Foul von Hübscher als Körbefass. Ja, Young kriegt den Freistoßball eben aus. Sehr nah am Tor. 11. Minute, ist auch alles offen. Und da zieht er ab und knapp drüber. Richtig Glück gehabt. Ja, Tschech passt. Oh, Körbefass. Stavich, aber Tschech holt alles wieder raus, was er gerade falsch gemacht hat. Super gemacht. Dann die 37. Minute. Wiedisch, wo es nur einen Freistoß. Ja, und da kriegt der Gegner den Ball auf Suarez, auf Stavich. Und super Parade von Tschech. Ja, weiter so. 59. Minute. Wieder Yad Nasri. Super Pass auf Young. Young läuft auch mal. Schöner 4 und 2. Ja, zieht rein. Passt aufs Deutsch. Der wird irgendwo wieder schon hinten. Das muss natürlich ein Eichmeter geben. Kippt auf den Eichmeter. Super. Und dann gibt es auch noch. Dort. Wie verdient. Ja. Was soll der Schöner da anderes geben? Das ist mehr als verdient. Das sehen wir nochmal. Ganz klar von hinten. Ja. Hochfahrlässig. Und dann wird auf den Rechten. Und dann wird direkt auf den Rechten. Und dann wird direkt hoch gehen. Maske schießt um den Elfmeter. Schön. Schön unter das Latte. Aber Tschech hält den super. Da kann man nichts anderes machen. Super geil. Young. Und jetzt der direkte Counter muss man auch wissen. Ja. Suarez fängt bei doch mal ab. Schade. Suarez läuft. Evra kommt nicht mehr hinterher. Oder doch. Kommt nicht mehr hinterher. Jetzt Suarez flankt. Aufs Deutsch. Oh, wir waren tropisch. Abgewandt. Young halt drauf. Und Manu verwendet. 65. 1. 1. Ja. Diebzeste. Macht viele Spieler. Scheiße. 5 Meter für die. Gibt leider. Ja. Gibt zum Glück keine Partie für ihn. Aber wie gesagt. Dann hätte er nicht sicher. Spielen müssen. Also ich sehe da jetzt auch. Wie gesagt. Kein Freistoß drin. Aber ja. Wie typischer. FIFA. Fehl. Wir laufen die Spieler miteinander. Glücklich. Ja. Tschech. Gegen. Suarez. Suarez. Ein sicherer Elfmeter-Fuchser. Eigentlich. Tschech hält ihn auch super. Auf beiden Seiten wurde Tschech. Tschech den Elfmeter-Garten. Ja. Das 72. Nasri. Nasri im Konter. Ja. Drei gegen zwei. Und. Superpass. Von Nasri auf Staufe. Und Staufe war jetzt eiskalt. Und super. 74. Zweifel. Ja. Superpass. 7 Nummer mal. Sehr schön. 75. Haut Tschech dann einen weiten Abwurf raus. Ja. Wir holen jetzt den Bein. Nasri. Schön mit dem Fallrückzehr. Weiterbeleitet durch Staufe. Staufe. Schießt. Tor. Wundervoll. 77. Minute. 3-1. Sehr schön. Von Nasri weitergeleitet durch Fallrückzehr. Und Staufe verbandet ihn dann sicher. Sehr sehr schön. Da sehen wir nochmal. Staufe. Eiskalt ist. Ja. 79. Nani. Nani passt sehr gut. Staufe. 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 Eiskalt. Ja. Das gibt auch mal wieder eine Rute. Das ist schon die zweite Rute für die D.U. Der hatte dann mal 0,4. 8,2. Abverspieler stehen. Aber nicht sehr intelligent gemacht. Ja. Haben wir natürlich dann auch der Freistoß. Wir schießen mit Nasri. Aus 25 Metern. Mal gucken ob es was wird. Wir haben ja schon mal einen Freistoß drauf gemacht. Aber vorher kriegt der Gegner erstmal eine gelbe Karte. Ja. Dann legt der Summe nochmal zurecht. Und ausgedrückt super Freistoß. Aber auch super gehalten. Soweit ich es gesehen habe, wäre er vorbei. Jetzt nochmal ein Container. 85. Machen wir ihn. Jetzt auf Nani schön. Einen Tricks immer schön. Ab Zweifel. Und dann machen wir ihn. Und passt drüber. Die Feige. Nasri verwendet. Genau. Sehr riskant unter die Latte. Schön schön. Hätte John aber auch mal her spielen können. Ja. Dann. Die 90. Haukstechen nochmal weit nach Fuß raus. Fellain gewinnt immer den Kaufball. Super passt schon wieder für uns. Nasri auf Sturridge. Ja Sturridge würde den Lupfer machen aber knapp drüber. Schade. Schade. Weiter weiter. 90. Minute Fellaini. Fellaini hat den Ball immer noch. Jetzt nochmal ein schönes Roulette von Fellaini. Sturridge. Und auf Sturridge. Sturridge. Sturridge wieder mit dem Foulen. Wieder sicher. 90. Minute. 5-1. Jetzt wird schon langsam. Jetzt werden wir langsam genallenlos. Und das wird auch deutlich. Ja. Und damit ist das schon wieder Ende. 5-1. Sturridge. Dreimal. Zwei roten Karten. Ja. Sehr peinlich. Ja. Das war's dann. Wir hoffen euch hat's gefallen. Das Kommentieren. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.